Na hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Battle for Astros unterwegs und zwar wollte ich euch heute mal die Druid-Gestalten von den Zanelari-Trollen bzw. von den Kul-Tiras-Menschen zeigen und dazu bin ich schon mal auf den PTE eingeloggt und habe mir einen Druid erstellt und ihr seht schon, das hier ist die erste Gestalt, das ist die Katzen-Gestalt, sieht recht cool aus und ja, dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal die nächste an und zwar die Bären-Gestalt haben wir hier das ist dann ein bisschen bulliger schon, ich habe hier aber auch diese Federn, die der Bär normalerweise an der Seite hat finde ich ganz lustig, die sieht man ein bisschen schlecht auch wieder im Dino-Style, die ganzen Gestalten von den Zanelari-Trollen sind quasi so im Dino-Style gehalten dann schauen wir das dritte an und zwar, das machen wir danach, machen wir erstmal die Eulengestalt das ist quasi so ein, ja, geht so ein bisschen in Vogelflugviech, sieht ein bisschen Accora-mäßig aus zumindest diese Hoch-Accora, die wir in, na, wo haben wir sie, hier im Spitzen von Arak haben das ist die Eulengestalt in dem Falle und die letzte und dritte Gestalt ist quasi dann einmal die Reisegestalt da haben wir dann so einen kleinen Raptor, der, ja, dementsprechend relativ zügig und flott unterwegs ist und ich habe hier die Position bewusst gewählt, denn wir sind hier direkt neben dem Wasser und können hier einmal auf Tauchgang gehen und damit haben wir auch schon die Wassergestalt da gehen wir vielleicht einen ganz kleinen Ticken weiter weg von dass wir die in Gänze sehen können da sind wir quasi, ja, so ein Reptilienfisch, keine Ahnung was das genau ist sieht aber sehr, sehr cool aus und ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und zwar schauen wir uns jetzt die richtige Fluggestalt an und das ist diese hier ja, ihr seht richtig, wir haben einen schönen, ja, Flugsaurier und bei dem muss ich aber gleich dazu sagen da kann sich leider, ähm, soweit ich weiß, keiner mit oben draufsetzen also müsst ihr, wenn ihr dann dementsprechend, ähm, ja, aufgemountet jemanden mitnehmen wollt also, dass sich jemand aufmounten kann müsst ihr die, ja, Legion-Class Druid-Gestalt holen und dann verliert ihr diese leider also da müsst ihr halt ein bisschen auswählen gut, das ist soweit zu den Sanlari-Trollen dann würde ich sagen, schauen wir uns die vom Kulturas-Menschen an und zwar habe ich mir da auch schon einen Char erstellt wo haben wir den denn? hier, Klassenprobe, loggen wir da mal ein und da haben wir natürlich auch wieder komplett neue Gestalten und zwar sind wir da so ein bisschen mehr in dieser Drustschiene und ihr seht schon, das erste Mount haben wir, beziehungsweise, ja, Mount, ähm, in Anführungszeichen die erste Gestalt haben wir hier schon die Fluggestalt und da sind wir so ein Drust-Knochenwesen das, ja, grünleuchtende Augen hat und einen grünleuchtenden Rachen finde ich eine sehr, sehr coole Sache ich würde mir auf jeden Fall einen, ähm, Zanlari-Troll-Druid machen und einen, ähm, ja, hier, Kulturas-Menschen-Druid um diese ganzen neuen Gestalten zu haben so, dann schauen wir, dass wir mal in Combat kommen komm her, Spinne und dann schauen wir uns gleich mal die Reisegestalt als zweites an und die sieht ziemlich böse aus wir sind quasi ein Drust-Türrisch auch ebenfalls wieder mit grünleuchtenden Augen und grünleuchtender Schnauze die nächste Gestalt, die wir haben, ist die Bärengestalt und hier sind wir, ähm, anders als bei den Zanlari-Trollen auch ein richtiger Bär aber auch hier wieder so in Knochen, Baum irgendwas, Mix-Manier von den Drust der ist, der ist sehr, sehr nice ich hoffe irgendwann, dass es da noch mehrere Varianten von gibt mal gucken und das, äh, vorletzte, was wir haben ist dann einmal noch die Katzengestalt ist ähnlich wie die normale Katzengestalt wie auch schon beim Bären bloß halt in diesem Drust-Style, ne also man sieht, man sieht die, äh, die Textur beziehungsweise die Umresse von der normalen Katze ja hier noch relativ deutlich raus äh, dann haben wir die Eulengestalt und, äh, da haben wir natürlich auch wieder selbiges Eule an sich ist erkennbar aber wieder im Drust-Style finde ich auch sehr, sehr gut gelungen da hätte ich fast Lust, Eule zu spielen aber nur fast, ne und das aller, allerletzte nochmal die Reisegestalt aber dann einmal in, ähm, ja der Schwimmform und hier sind wir ein eher so ein Walross sind wir, ne also wir sind gar nicht unbedingt so eine Robbe sondern eher ein bisschen, bisschen dicker gehalten und hier mit großen Hauern auch im Drust, äh, Knochen-Style gehalten auch eine sehr, sehr coole Sache ja, das ist es soweit mit den Gestalten von den Zandalari-Träumen beziehungsweise von den Kul-Tiras-Menschen mir könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben wie ihr die Gestalten findet ich finde sie größtenteils echt richtig cool und hab da Bock drauf und ja, damit wären wir am Ende vom Video ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen euer Tela, bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao